Das ist Jane. Sie ist 75 Jahre alt und es besteht der Verdacht auf ein Glaukom. Ihr Augeninnendruck ist erhöht, aber die Ursache könnte Bluthochdruck sein. Eine genaue Diagnose ist jedoch entscheidend, wenn Jane einen Sehverlust oder sogar eine Erblindung vermeiden möchte. Leider ist es nicht einfach, eine genaue Diagnose zu stellen. Es ist ein Prozess, der mehrere Testrunden erfordern kann, bevor Janes Arzt eine Vorgehensweise empfehlen kann. Leider leidet Jane auch an Katarakt, der die Bildqualität beeinträchtigt und eine zuverlässige Diagnose erschwert. Ein zusätzlicher Gesichtsfeldtest ergibt grenzwertige Ergebnisse, die auf ein mögliches funktionelles Defizit hinweisen. Es ist jedoch unklar, ob dieses Defizit echt ist oder ob Jane während des Tests müde oder abgelenkt war. Eine zusätzliche Testmöglichkeit ist das Ganzfeld Elektroretinogramm, kurz ERG. Ein ERG verwendet Licht, um die Funktion von Photorezeptor, Bipolar und Ganglinzellen im Auge zu beurteilen. Insbesondere misst er die sogenannte photopische negative Reaktion. Diese Reaktion ist spezifisch für Ganglinzellen und kann das Vorhandensein und die Schwere eines Glaukoms widerspiegeln. In der Vergangenheit war das Testverfahren langwierig und schwierig durchzuführen. Dies hat zusammen mit uneindeutigen Ergebnissen bei Testwiederholungen die klinische Anwendung von ERG eingeschränkt. Aber mit dem Rederval-System hat sich eine ERG-Durchführung deutlich verbessert. Das tragbare Rederval-Gerät verwendet Hautelektroden, benötigt keine Dilatation und liefert farbcodierte Testergebnisse zur bequemen Auswertung der ERG-Ergebnisse. Um die Test-Retest-Variabilität anzugehen, hat das Rederval-Team kürzlich einen neuen Algorithmus entwickelt, der eine bis zu fünfmal bessere Test-Retest-Variabilität bietet, um Glaukom-Patienten objektiv zu erkennen und zu überwachen. Mit wenig Aufwand werden Janes Rederval-Messungen durchgeführt und sie weisen auf einige Anomalien hin. Basierend auf diesen zusätzlichen Erkenntnissen erhält Jane eine objektivere Diagnose, geeignete Medikamente und eine angemessene Nachsorge. Bei ihrem Folgebesuch unterzieht sich Jane einem weiteren ERG. Die Forschung hat gezeigt, dass ERGs im Laufe der Zeit nach Beginn der Behandlung mit Medikamenten zur Senkung des Augeninnendrucks subtile Veränderungen aufzeigen können, selbst wenn kein anderer Biomarker eine Verbesserung anzeigt. ERG zu einem Teil der Glaukom-Behandlung zu machen, bietet wertvolle Informationen für den Behandlungsentscheidungsprozess, selbst wenn Medientrübungen vorhanden sind. Und mit neuen Entwicklungen scheint ERG ein immer relevanteres und nützlicheres Werkzeug im herausfordernden Prozess der Glaukom-Diagnose zu werden.